Oh, es ist wieder ein bisschen laut auf den Ohren. So, meine Freunde, und damit noch einmal herzlich willkommen. Ich, ähm, sing mich mal bitte nicht voll. Ich hätte gerne lieber Musik, die keinen Text hat. Ähm, so meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Sky World. Und wie ihr seht, ich habe gerade, ähm, Awakened Reconium gemacht. Und ich wollte überzeigen, wie das funktioniert. Okay, und zwar, wir haben sechs Draconic Hors und ein Drachenherz. Dann tun wir hier in diesen Fusion Drafting vier Draconium Blöcke rein. Dann starten wir. Er fängt an zu laden. Was eigentlich verdammt langsame Sandman of the Condorates macht. Ich zeige euch kurz, wie ich das momentan jetzt mache. Weil der braucht 350 Millionen RF, meine ich. Oder 50.000? 350 Millionen RF braucht der. Und die mit diesen normalen Condorates, die bis zu 24.000 RF pro Tick machen, aufzuladen, das dauert ein bisschen lang. Ähm, deswegen, Moment, grüß du sie. Ähm, habe ich jetzt eine andere Möglichkeit genommen. Und zwar mache ich das jetzt gerade, noch relativ rudimentär und noch nicht sehr cool, mit den Y1 Wireless Energy Crystals. Dazu habe ich hier auf dem Pylon den Transceiver, so ein I.O. Crystal. Ähm, der saugt die Energie hier so gesehen raus, gibt sie hier dran weiter und der hier verteilt das dann auf die neuen Crafting Injector. Finde ich ganz stylisch. Hat auf jeden Fall was Nices an sich. So, und wir gehen jetzt hin, machen kurz aus dem, das Draconium, äh, das Awakened Draconium. Und ich habe etwas vor mit euch, denn ich hätte gerne die Draconic Rüstung. Ähm, wir werden zwar jetzt alle Power-Ups, die wir hier drauf haben, die wir jetzt alle schon auf Y1 haben, äh, wieder wegschmeißen. Aber ich glaube, das lohnt sich. Und zudem werde ich die ganzen Updates hier, Upgrades, werde ich dann einfach wieder drauf packen. Das ist ja kein Problem, weil wir haben, als Beispiel die Netherstars, die wir dafür brauchen, wir haben noch 100 und sowas. Also, äh, oder das Draconium, was wir dafür brauchen, wir haben zweieinhalb Tausend. Ähm, heißt, wir haben genug. Na, das tut uns jetzt nicht weh, denke ich mir mal so. So, äh, äh. So, ähm, genau, wir brauchen dafür, um das Upzugraden, zwei Awakened Draconium und vier Awakened, zwei Awakened Cores. Heißt, wir brauchen insgesamt von den Awakened Cores, ähm, ach, das Pattern habe ich hier noch. Oder nicht? Wo habe ich das Pattern hin? Drakonic Energy Chore ist das. Ich glaube, ich habe den Fall schon Chor gemacht. Oder? Der ist doch der Einzige, der so orange ist, ne? Ja, ist der Einzige, okay. Äh, davon brauchen wir... Ähm... Dass die alle singen wollen. Äh, wir brauchen acht Stück. Mal sehen, wie schnell kriegen wir die eigentlich hin? Weiß ich gar nicht. Kriegen wir die überhaupt hin? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ja, kriegen wir locker hin. 100 Blöcke Redstone wollte der gerade haben. Ja, moin. Kostet zum Glück überhaupt nichts. Äh, ich gucke mal ganz kurz, was hier unsere Monsterfalle sagt. Ach, die ist ja geradeaus. Ich habe ja den Monster aus, weil die mir auf den Sack ging. Ähm... Ich kann da mal kurz gucken. Ach komm, was haben wir denn hier? Aha. Vanillum und Diamond Helm. Reconium Dust. Das beiden war als Dust mal drin. Magic Bean. Was macht die denn? Overgrowth Feast. Oh, geil. Äh, wir haben richtig vieles, richtig viel coolen Stuff bekommen. Ähm... Ich weiß zwar nicht, was diese magische Brune macht. Die würde ich am liebsten anpflanzen. Ähm... Ich weiß gar nicht. Ich tue die erstmal ins ME. Äh, ins RS. Ach, ich sag einfach ME. Ihr wisst ja eh, was gemeint ist. So. Jetzt habe ich den Toast-Deck gepackt. Mir nicht gut. Ähm... Setzen wir den jetzt ein? Ne, machen wir später. Äh, die Draconic. Sind die... Die sind fertig. Perfekt. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ähm, hallo? Ah, diese Türen. Ich habe da ja unsichtbare, ähm, Pressure-Plates liegen. So. Jetzt machen wir... So. Und so. Äh, und jetzt nehmen wir unsere Rüstung ab. Jetzt sind wir wieder ein bisschen neckig. Äh, war das nicht so. Oh, ich glaube, ich brauche diese... Die nächsten, ähm... Die brauche ich, glaube ich, dafür. Ja, moin. Okay, wir brauchen 9 Draconic-Core-Blöcke. Äh, Drac... Ähm... Achso. Haha, das ist ja super. Ähm, kriegen wir noch 9 Blöcke hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nein, wir kriegen 7 Blöcke hin. Verdammt. Äh, ja, ihr wisst, was das heißt, ne? Ähm... Wir müssen nochmal eben einen... Ähm... Wie sind die denn gebaut? Ich kenn... Ja, soll ich gerade sagen, ich kenn die nur nur... Oh, ich hab keine Sticks mehr. Auch gut. Ähm... Ich mach mal ein paar. Dann... Arrow... Obwohl, Arrows... Müssen wir gar nicht selber machen. Die haben wir doch in den Monster-Fallen so genüge. Ich mach die Monster mal wieder an. Ich mach mal ein paar. Ich mach mal zwei Stacks. Äh... Drei Stacks, zwei mal. Dürfte reichen. Oh. Boah, gut, dass das... Das... Reinforced ist. Sonst wär das jetzt ein bisschen kaputt. Achso, ich hab irgendwie so ein Haus gebaut. Ähm... Ich hoff mal, das ist cool. Ne? Dann... Hier ist so offen. Hier ist so... Wie so eine Terrasse. Hier oben kommt noch ein Dach drauf. Hier ist so ein Flachdach-Ding für Solarzellen. Fand ich auf jeden Fall ganz cool, alles. So, jetzt können wir mal... Eben... Einen... Drachen. Yeah. Ah, fuck. Äh... Ich hab was vergessen für den Drachen. Komm ich hier ans ME-System? Nö, ne? Schade. Äh, wir müssen den ja erst nochmal beschwören. Ich vergaß. Euch alle. Äh... Pylon? Nein, das ist äh... Ähm... Fuck, wie heißen die Dinger nochmal? Ich hab die doch gebaut. Diese Crystals. 1, 2, 3, 4 brauchen wir davon. Und äh... Essen. Lulululululululululululplp. Muss rüberlaufen? Sack. Ähhh... Aua... What the fuck? Moment. Klappt ja super hier alles. Und ich wollte nur meine scheiß Rüstung einfach awakened machen. Jetzt muss ich dann wieder einen Wizard killen. So, jetzt haben wir keine Energie mehr gehabt, aber den Drachen trotzdem schön erlegt bekommen. Äh, verdammt, hab ich das... Ich hab das Herz nicht. Verdammte Scheiße. Äh, und vor allem, ich wollte eigentlich, da lag noch was anderes auf dem Boden. Und zwar zweimal Inferiums, äh, äh, Supremiums, äh, Essenz. Und noch was anderes, wo ich nicht weiß, was das war. Was ich aber trotzdem sehr, sehr gerne gehabt hätte. Hoffentlich krieg ich das Herz jetzt wenigstens noch. Ja, da hinten, da ist er gerade noch am... Irgendwas hier irgendwie her? Nee, ne? Ich mach hier demnächst über das Ding hier. Ich sollte das End hier mal ein bisschen ausbauen, hab ich das Gefühl. So, das Herz haben wir. Übrigens, ich weiß nicht, ähm, an die Minecraft-Nerds unter euch, was ist das? Du siehst aufs Bedrock und hier ist nochmal ein Endportal. Kann ich damit irgendwas anfangen? Ich weiß es nicht. Find ich cool. So, Credits haben mich kein Nuss drauf, weil ich will eigentlich, endlich jetzt meine Rüstung machen. Äh, hallo? What the fuck? Ähm. Auch jetzt, die Sachen sind hier. Sollte ich den angreifen? Ähm. Hey, gut, der kann hier nichts kaputt machen. Mob-Briefing ist aus. Alter, was ist das für ein Vieh? Wieso ist das hier? Epic Shader Grabback. Von, ach, Immersive Engineering, diese Shader für die, ähm. Problem ist mein, äh, mein, äh, Explosiv-Schaden. Der, äh, macht alles trotzdem kaputt. Cool. Und, nur weil er, weil er jetzt hier auflädt, kann ich den nicht, nicht, kann ich nicht reduzieren. Ich muss sagen, dass er runterfällt und jetzt nicht, und nicht fliegen will. Äh, der rastet, glaube ich, aus gerade. Kann das sein? Äh, der ist tot? Hätte ich den nicht angreifen dürfen? Nein, wo ist er hin? Forest Dragon, ich hab dich geliebt. Moment. Äh. Wait a second. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt war, da war. Und wieso er einfach verschwunden ist. Okay, er verschwunden ist ja wahrscheinlich, weil wir ihm wehgetan haben. Eventuell ist er ein sehr zartes Gemüt. So. Doch, eigentlich nur vier. Achso, und, äh. Sechs von den... Alter, von welchen Kurs? Von den normalen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das Herz, was ich gerade schon... ...in meinem Inventar halte. Oh, mach mal schneller, hallo. Hä, hab ich die gar nicht bestellt? Ich war schon irritiert, warum das so lange dauert. So. Achso. Und, zack, und starten. Ich versteh's. Ach, guck mal, jetzt seht ihr, wie die Partikel hier rüberfliegen. Das sieht so cool aus. Cool. Oh, wie schnell das hier geht jetzt damit. Juhu. So. Ähm. Fuck, ich muss jetzt die anderen... Oh Gott. Ähm. Die neun hab ich jetzt. Die muss ich mit Raven core... Diamonds. Und zwar vier mal neun, das sind 36. Dann nochmal... Ein Block. Also vier Blöcke, acht Cores und nochmal vier Cores. Vier hiervon. Acht hiervon. Also wieso vier? Bin ich dumm? Ich brauch hiervon... nochmal fünf. Ist das jetzt der richtige, den ich crafte? Nein, natürlich nicht. Hm. 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 Zwei davon, und dann brauch ich hiervon noch... Zehn? Glaube ich. Ne. Doch. So. Achso, ne, das ist so. Dann machen wir hier das Zack. Ähm. Die sind gesplittet. Die sind so. Äh. Zack, 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 zack. Und... Einmal die, zack. Und dann kommt das in die Mitte. Start. Das zieht sich alles so. Ich glaub, das wird dann erst in der nächsten Folge was mit der Draconic... ...Rüstung. Alter, sagen wir mal... Ich mach jetzt mal ein Cut. Bisschenweise Folgenende. Haben wir es leider nicht erst geschafft, was wir wollten. Aber... Machen wir in der nächsten Folge die Draconic Armor. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne mal eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten... Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüüüss.